Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Gothic 2, das Goldene Tor. Wir sind zur Zeit auf dem Weg in den Zoom, haben in der letzten Folge gut was an Frust aufgebaut. Im Kampf gegen Warane, hauptsächlich Warane. Und latschen jetzt mal hier den Zoom hinein. Hoffentlich. Ich dachte schon wieder ein Waran gehört. Ich habe ein bisschen Paranoia vor denen. Okay, hier sind die beiden Banditen. Das sind wahrscheinlich die beiden, die den Argos verbrannt haben, gefoltert haben. Rega und der andere mit H oder K. Kea. Ja, was soll das? Der eine hat schon wieder zwei Hände, da kriege ich schon wieder einen Kollaps. Und ein Skelett. Oh Gott. Ach, Mann. Und eine Aussicht auf 2000 dp in nächster Zeit. Kann sie was tun? Quatschen die mich einfach voll oder ignorieren die mich weitestgehend? Ich habe mir das schon gedacht. Man könnte sie auch umgehen. Der Kehr sagt nichts, der andere ist der Wichtige von den beiden. Wer bist du? Ich bin Rega. Sonst noch was? Was willst du wissen? Was machst du hier? Ich warte auf Verlierer wie dich. Was soll das denn heißen? Auf Leute, über die wir uns ein wenig lustig machen können. Willst du mehr erfahren? Nein. Und noch lassen sie uns in Ruhe. Das heißt, wir können nur auf Aufforderung mit ihren Stress anfangen, wie es scheint. Du hast deine Tafel gestohlen. Was für eine? Was für eine Tafel? Spiel nicht mit mir. Ich weiß alles. Du hast Arvus geschlagen, ihn gefoltert. Und als er dir erzählt hat, was mit der Tafel passiert ist, hast du ihn an einen Baum gefesselt. Mann, was redest du da? Bist du besoffen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Okay. Interessant, dass es so klingt, als hätte der Argus uns eventuell belogen. Also eventuell. Aber auf der anderen Seite, warum sollte der so verängstigt sein und so traumatisiert? Das denkt man sich ja nicht aus Spaß aus, nur damit eventuell irgendeiner vorbeikommt, damit er dann rachsüchtig irgendwelche Banditen vermöbelt. Ich schätze, ich muss dir auf die Spurne helfen. Spiel nicht den harten Mann. Wir sind zwei und du bist allein. Ganz genau, Kumpel. Verzeih mir, dass ich zugehört habe, aber du hast so laut geredet. Halt die Klappe. Ich mach das schon. Wie das letzte Mal mit Ark. T-Scharf, Adanos. Wie auch immer ist, egal. Ich glaube, du fängst an, deine Aussagen durcheinander zu bringen. Hör gut zu. Ich kenne keinen Argus, aber es sieht so aus, als würde er gerne scheiße über andere Leute reden. Wir sind friedliche Menschen, deshalb werden wir dir nicht wehtun. Aber glaube mir, wir wissen nichts über deine Tafel. Genau, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Ich kapiere es einfach nicht. Stell dich nicht um. Ich glaube dir nicht. Wie du willst, Mann. Wie auch immer, lass mich dir etwas sagen. Geh zurück und rede mit diesem Argus. Oder bring ihn hierher und wir werden sehen, was er sagen wird. Er, er, guter Mann. Okay. Ich wollte die eigentlich schon möbeln. Es sieht so aus, als ob sie lügen würden. Ich werde wohl noch einmal mit Argus reden müssen. Okay, gut. Dann hole ich doch nicht direkt Fratzen geballer. Tatsache. Okay. Dem Skelett, da hinten gehen wir aus dem Weg. Das wird uns nämlich massakrieren. Das können wir natürlich fürs Training. Und nochmal da hinten den Waran wegbatschen. Alter, da liegt doch Zeug. Du bist vom Abgrund der Flögerchen. Ach, Mann. Ja, ja, du und dein Gefasel. Also ab und an kriegen wir irgendwie von diesem Wächter und irgendwie dem Diener des bösen Meisters immer irgendwelche Gegner vorgesetzt. Ich hasse das, dass dem Held irgendwann die Ausdauer ausgeht und er einfach aufhört mit seiner guten Taktik. Das wurde hier von so einem Zombie verdroschen, Mann. Aber wenigstens 200 EP für uns und einen recht guten Trank. Bekommen, besser als nix. Aber hier ist sonst nichts mehr. Okay. Ich glaube, der Weg ist wirklich der einfachere von beiden. Also 5000 Gold zusammen zu kratzen und Bracer niederzuknüppeln erachte ich als etwas schwieriger. Gut, mittlerweile können wir ja sowieso sprinten. Das heißt, wir könnten eigentlich an allen Gegnern auch vorbei. Darf man auch nicht vergessen. Aber diesen Vorteil müssen wir uns ja eigentlich wegdenken. Den haben wir ja nur aufgrund des Plugins. Das wäre echt zu wenig Schadenbefahrung. Teilen. Das muss der wenige Schaden der Waffen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eigentlich mal 50 Stärke ist. Nicht so viel. Auch wie der war. Da war schon wieder der schwächer Anfall. Ich weiß nicht, ob der bei mir ist oder beim Spiel. Ich habe heute übernimmer getroffen. Ich hasse Wachane so sehr. Wirklich mittlerweile. Seit letzter Folge. Uiuiuiui. Ich hasse diesen Schlag. Und ich hasse diese Globigen Animationen. Ehrlich. Es ist einfach schrecklich. Und ich sehe gerade gar nicht hier Laden. Ich muss den Kontrast, glaube ich, noch mal ein bisschen runternehmen. Ich kriege noch die Krise her. Wie damals bei Dark Saga. Wichtige Schläge, wichtige Schläge. Speichern, speichern, speichern. Ja, weil es schon wieder passiert ist, dass meine Kraft nachgelassen hat. Entweder in der Hand oder im Spiel. Dann loshält er schwächelt. Hauptsache, der wichtigste Schlag hat gesessen. Okay, Koblenz haben wir auch noch hier hinten. Okay, okay, okay. Hauptsache, die Varane sind weg. Das ist mir schon mal das Wichtigste. Das heißt, ich hüpfe hier hoch. Ich entdecke da hinten die gefährlichen Scavenger von denen ich mich natürlich schleunigst entferne. Aber die Varane haben auf jeden Fall besiegt. Also Goblins, die kriegen wir auf jeden Fall klein. Wir kriegen ja sogar schon die schwarzen Goblins kaputtgeschlagen. Auch wenn die sich optisch kaum unterscheiden in der Mod. Die schwarzen Goblins haben aber irgendwie so eine Art Kettenhemd über oder so irgendwas. Und die normalen, ich glaube tatsächlich, die normalen haben rote Augen und die schwarzen Goblins haben blaue Augen. Der Ritter hier, der verwirrt mich ein bisschen. Der läuft ganz komisch. Der Blödmann. So, Argos, wir müssen uns noch mal kurz unterhalten. Ach du Scheiße. Okay. Wir kriegen unsere 100 Gold von Rosi zurück. Aber ganz recht. Ach du Scheiße. Als ich das Haus von Argos und Rosi betrat, fand ich sie tot. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Angelegenheit wird immer komplizierter. Wer könnte sie umgebracht haben? Ich muss Christian auf jeden Fall davon erzählen. Okay, krank. Ich hoffe, die waren nicht für eine weitere Quest wichtig, aber ich glaube, hier gibt es sowieso keine de facto Nebenquests. Hier gibt es irgendwie nur Fraktionsquests und Hauptquests. Bisher zumindest. Was die Tafel angeht. Hast du etwas Wichtiges erfahren? Ich weiß alles darüber. Ja, wirklich? Sprich schnell. Ich bin zu diesen Banditen gegangen, um mit ihnen zu reden und sie haben mich nur ausgelacht. Ist das so? Sie haben mir gesagt, dass sie nichts über die Tafel wissen und dass Argos sich über mich lustig gemacht hat. Ich bin zu seiner Ruhen und zurückgekehrt, um die Sache zu klären. Aber ich fand ihn und seine Frau tot vor. Was? Wer hat sie getötet? Ich habe keine Ahnung. Hast du etwas Ungewöhnliches in ihrem Haus gesehen? Was meinst du? Irgendwelche Anzeichen von Magie oder etwas Verdächtiges? Nein, so etwas habe ich nicht gesehen. Dann muss ich mir das Haus selbst ansehen. Dann los. Oh nein, Christian. Ja, wohl, er hat es geschafft. Also es bleibt interessant. Und schön, dass es jetzt auch ein bisschen interaktiver wird, dass jemand mitläuft, was untersucht, weil nur von A zu B zu rennen und A nach B zu rennen, ist halt immer ein bisschen mager. Safe Nehoras. Nicht alles verraten, was sie wissen. Finde sie und komm dann zu mir zurück. Ich werde im Lager warten. Das Interessante hierbei ist, ich habe eigentlich gehofft, dass wenn wir... Nichts zu. Entschuldigung, da muss ich mich räuspern, da versagt die Stimme. Ich habe eigentlich gehofft, dass Argos noch lebt, wenn wir das erledigt haben, weil ich eigentlich davon ausging, dass wir eine Belohnung erhalten. Aber... Tja. Scheinbar... gibt es keine mehr. Zugegebenermaßen, vielleicht könnte man die beiden Banditen auch einfach töten. Den Spielstand habe ich jetzt aber nicht mehr. Ne. Leider. Das heißt, das ist vermutlich sowieso unmöglich. Also ich hätte jetzt halt gedacht, vielleicht gibt es die Möglichkeit, wenn wir die einfach so angreifen, direkt bei Blickkontakt, ohne Gespräch, dass dann vielleicht der Argos überlebt. Aber ich... Und dann halt von ihm dann wir diese wertvolle Belohnung erhalten, die wir jetzt noch nicht kennen und nicht wissen, wie die genau aussieht. Aber eventuell hätte man das dann bekommen können. Muss aber nicht sein. Das war jetzt nur so ein Einfall. Und ja, ich wollte ja die Goblins niederschlagen. Also lasse ich meinen Worten auch Taten folgen. Aber könnte halt auch sein, dass sich das einfach wirklich einfach verwässert. Die Angelegenheit. Dargos. Ist das quasi anderweitig erledigt? Ju, fünf Gold. Gutlerfleisch. Und eine Truhe. Und die ist sogar nicht mehr abgeschlossen. 100 Gold für uns. Zwei schwere Nagelkeulen. Warum auch immer zwei. Argos Kleidung. Und fünf Dietriche. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Waffe in Aussicht. Aber warum Argos Kleidung? Eventuell haben wir hier jetzt was vorweggenommen. Oder aber man hätte dem Argos die Kleidung wiederbringen können. Aber da war jetzt ja keine Quest oder so irgendwas. Also irgendeine Quest mitlegen, ey Paco, jetzt haben wir meine Kleidung und meine Ersatzkleidung gestohlen. Hol sie mir wieder. Deswegen vielleicht hat das noch was mit der Hauptquest zu tun. Dass wir Kleidung mit ihm gefunden haben. Irgendwo. Irgendwo. Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht erst alles erkundet habe. Vielleicht hätte jetzt noch ein bisschen was geklärt. Dietriche und Gold. Achso, ich dachte es wären schon 100 Gold. Weil der Wert des Beutels 100 betrug, aber dann wohl nicht. Tja, jetzt hat die Frage was fangen wir mit Argos Kleidung an? Jetzt bin ich chronisch überfragt. Warum zweimal schwere Nagelkeule? Lange überfragen, dahin sind Cerberus-Viecher. Und zwar fünf Stück. Okay, das, äh, ja, da können wir uns, äh, abschieden. Von unserem irdischen Dasein. Leben sind wir das immer noch nicht. Da ist ein normaler Skowenscher sogar noch. Ja, Mensch. Mal ein netter Gegner. Jetzt ist nur die Frage, wo sind seine, da unten sind seine Kameraden. Das sind, glaube ich, sogar nur, ist das Dunkle oder Infernus? Ah, das sind Infernus. Ja, die können wir auch nass machen. Ich dachte, das waren die düsteren Kollegen. Bin ich mal gespannt, was mit Argos passiert. Und warum wir jetzt seine Kleidung gefunden haben. Mann, Mann, Mann. Uns bleibt hier nichts erspart. Jetzt brauche ich zwei Level ab, um auf 60 Stärke zu kommen. Katastrophe. Nein, nur einer. Bitte. Bitte. Ich bitte darum. Ja, genau. Ja, genau. Erstmal kriege ich von dem die Fress verdroschen. 30% Krieg. Kommt der mir zu selten. Ja, man muss erst mal beschweren, dann klappt es. So, ich liebe Inferno-Gegner. Nee, Inferno-Gegner sind kacke. Brennende Gegner sind toll, weil die haben direkt gebratenes Fleisch dabei. Ja, pack die Waffe halt nett aus. Blöd, Mann. Wo ist der Kritt? Wo ist der Kritt? Wo ist der Kritt? Wo ist der Kritt? Wie ist er? Wie ist er? Ja, der ekelhafte Schlag hat ihn gemacht. Und der Gegner ist bezwungen. Das heißt, wir haben wenigstens den Bereich ja mal gesäubert und das sogar ohne fremde Hilfe, ohne dass Diego oder Leo helfen mussten. Deswegen, ich bleibe dabei. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg, den wir gehen sollten. Nicht der Richtung Piratenlager. Der ist dann vielleicht erst später von Relevanz. So, dann gucken wir mal, was denn überhaupt vorgefallen ist. Ach, der Räder geht hier hoch, deswegen läuft der manchmal ein bisschen komisch. Ich verstehe. Mann, habe ich Bock auf die schwere Nagelkeule? Warum wir direkt zwei Exemplare bekommen haben, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Aber hey, da können wir wenigstens eine gut verkaufen. Also, insofern. Aber warum Argos Kleidung? Ist ja auch keine Bauernkleidung, ist ja wirklich Argos Kleidung. Das halt klingt wie ein Questgegenstand oder so. Sind gerade die beiden so ein Skeletter oder sowas? Seltsames schwarzes Erz. Ich glaube, man konnte die gar nicht besiegen. Leider sind die Banditen verschwunden. Ist hier irgendwas eben bewegt? Ich dachte, ich hätte was gehört. Naja, bin schon ganz paranoid. Damit können wir nicht interagieren. Aber, und ich schätze mal, das ist die logische Konsequenz, wir berichten Christian davon und rasen ihn wieder hoch. Das Schöne ist, ja, da ist an sich ja auch nicht so eine große Karte. Das heißt, hier kommt man relativ gut von A nach B. Aber Schnellreise wird sich hoffentlich dann auch noch irgendwann ergeben. Zwar nicht durch Ruhen, sondern durch Plattformen. Ruhen sind mir da eigentlich am liebsten, aber was soll's. Christian noch hier? Nö. Das heißt, jetzt können wir uns im Prinzip diese Hüte hier nehmen, denn es gibt ja keine Besitzer mehr. Ist echt ein schweres Schicksal, muss man an der Stelle nochmal erwähnen. Die haben schon nichts. Und dann werden sie auch noch gelünscht, umgebracht, totgezaubert, keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall irgendwas richtig Sonderbares, was wir vermutlich mit Belia in Verbindung bringen können. Also da nehmen. Okay. Was geht hier vor sich? Na bitte, geht doch. Heilige Scheiße, was geht hier ab? Christian ist jetzt auch schon tot. Holy fuck, was geht hier ab? Ich informiere Bezazato, was darüber, was passiert ist. Und etwas Seltsames begann mit ihm zu geschehen. Er schrie, als ob ihn etwas zerreißen würde, dann traf ihn ein Blitz und er starb. Außerdem tauchten ein paar Skelete auf. Gut, dass die Paladine da waren. Ja, tatsächlich. Leo, danke dir, Mann. Ich hätte zwar gerne die 600 EP noch eingeheimst, aber man kann ja nicht alles haben. Okay, das heißt, ich penne jetzt erst mal bis zum nächsten Morgen, es wird eh wieder dunkel und wir sollen zu Satoras. Alles klar. Also geht auf jeden Fall heftig was ab. Die Mod ist schon beeindruckend bisher, also im Sinne von der, im Ablauf der Ereignisse. Macht aber auch Sinn, weil wir fangen ja nicht ganz locker easy an und töten irgendwelche Feldräuber von den Bauern, sondern wir sind ja schon der gute alte namenlose Held. Es ist schon einiges passiert, wir haben schon einiges auf dem Kasten. Das macht schon Sinn so, dass hier direkt irgendwas Unheiliges vor sich geht. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir dafür noch gar nicht stark genug sind. Immer noch 1000 EP bis zum Level ab, wir brauchen noch zwei Level ab für eine Waffe, die einigermaßen was taugt. Mann, Mann, Mann. Ich habe ein paar Alten. Zeig sie mir. Gut, ihr ist ein Gold. Ist doch alles nur alles klar. Apropos Gold, wenigstens kriegen wir hier ein bisschen was zusammen. Ich behalte erstmal alles, ich verkaufe jetzt nicht direkt alles, aber das führt uns jetzt zu Satoras. Ich dachte eigentlich, das war meine große Hoffnung, dass wir gemeinsam mit dem Christian zu Satoras laufen könnten. Jetzt ist der Tod und Argus auch. Jetzt habe ich Argus Kleidung gefunden und überhaupt keinen Anlaufpunkt mehr. Und die blöden Banditen sind auch weg. Mann, Mann, Mann. Also ich muss mich hier jetzt anders verdingen. Hoffentlich komme ich einfach so hin. Dann soll ich nur mal ganz auf die Karte schauen. Im Haus der Heiler sind die, ne? Heels. Ja. Okay. Der Einsiedler, der ist im Prinzip noch bei dem anderen Weg, wo wir noch nicht waren. Also da überhaupt hinkommen und das überleben. Aber die Wassermagier und die Banditen sind auf jeden Fall hier im Sumpf. Soviel können wir mal festhalten. Das heißt, hier werden wir uns in der nächsten Folge noch umschauen. Mal gucken, ob und was wir finden werden. Und ob wir endlich mal ein paar Quests wieder machen können, damit wir hier mehr Fortschritte erlangen. Aber mal gucken. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.